Der 22-Punkt-Spieltag wird von Arminia Bielefeld und dem VW eröffnet. Nach dem 3.3 in München erhofft sich der Aufsteig. Bielefeld, der Achtungserfolg von Arminia Bielefeld beim FCB-Arriere München, ja seine Spuren hinterlassen. Die Ostwestfalen gehen mit Selbstbewusstsein an die kommende Partie. Am Freitag war Tett ein weiterer Brocken auf die Elf von der VW. Wolfsburg kommt zum Abendspiel nach Bielefeld. In der Hinrunde musste sich der Stimpf-Club mit 1.2 geschehen. Was der Trainer vom Wolfsburg vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld sagte, lesen Sie bei all4.de. All24.de und all24.de sind die Ildes-Sippen die Vitalnetz. Die Stimpf-Club mit 1.2 geschehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020